Meine geliebten Damen und meine geliebten Herren, heute präsentiere ich euch eine Poesie, welche ich wieder einmal vorlesen werde. Sie wurde höchstpersönlich von mir geschrieben und, ja, lasst euch inspirieren, verführen und, ja, viel Freude beim Anhören. Nun, orientierungslos. Sag mir, wo ist der Kloß? Ich bin so orientierungslos. Das sieht man auf diesen Fotos. Ich bin so orientierungslos. Ach, komm, wir gehen in die Discos. Versuchen zu vergessen und uns nicht zu stressen. Ein Step da, ein Step dort. Puh, ich gehe gleich fort. Was ist das? Was ist was? Ich suche, ich finde. Ich suche, ich finde. Und ich suche. Immer das Gleiche, immer dasselbe. Wann hört das auf? Was nehme ich hier in Kauf? Ich bin so orientierungslos. Sag mir, wo ist der Kloß? Ich bin orientierungslos. So, das war eine Poesie, welche ich heute geschrieben habe. Ich hoffe, es inspiriert euch und ich wünsche euch ganz einen schönen Abend oder je nachdem, wenn ihr das Video schaut, einen schönen restlichen Tag und macht's gut. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.